Hi, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video aus meiner Praxis von der Cognac-farbenen Couch. Mein Name ist wie immer Philipp Ruhland. Ich bin Trauma-Paartherapeut und Lehrtherapeut für Systemausstellungen aus Saarbrücken und heute mache ich ein Video zum Thema, wie eure Bindungserfahrung in der Kindheit, eure Partnerwahl und euer Beziehungsverhalten beeinflusst. Und jetzt werden viele Leute wieder kommen und sagen, Ruhland, die Vergangenheit ist vorbei, das hat alles nichts miteinander zu tun, die Partnerwahl ist im Hier und Jetzt und was früher war, spielt keine Rolle und da muss ich natürlich als Systemaufsteller, Trauma-Therapeut klar widersprechen. Das, was ihr in eurer Partnerwahl treibt, wie ihr Beziehungen aussucht, hat immer was mit der Atmosphäre eurer Kindheit zu tun, mit dem Aufwachsen in der Kindheit, wie ihr dort gelebt habt und vor allen Dingen, was euch eure nahen Bezugspersonen, die Eltern auf den Weg mitgegeben haben und was ihr dort erlebt habt. Also eins ist ganz klar, eure Partnerwahl ist kein Zufall, sondern eigentlich eine biografische Logik, die sich aus dem Aufwachsen bei euren Eltern ergibt und dem Klima, das ihr dort erlebt habt. Ich werde im folgenden Video drei Konstellationen vorstellen und wie Menschen in ihrer Partnerwahl darauf reagieren. Es gibt noch ganz viele, ein ganz großes Mehr an Möglichkeiten, die kann ich natürlich ja alle nicht in dem Video aufzählen, aber ich will euch mal so ein Gefühl dafür geben, wie man auch als Paartherapeut und als Psychotherapeut so Biografien analysiert und denkt und was die Ursachen Beziehungen geben. Also grundsätzlich hat ein Mensch auf das, was er zu Hause erlebt, eigentlich drei Reaktionsmöglichkeiten. Das kommt auch so ein bisschen aus der Traumatherapie, wo man sagt, dass man auf ein Trauma oder eine maximale Lebensbedrohung entweder mit Kampf, Flucht oder dem Todstellreflex reagiert. Dies gilt auch als erweitertes Schema in der Psychotherapie, wo man auf Lebenserfahrungen, die man gemacht hat, damit reagieren kann, dass man sie aggressiv imitiert, also sie übernimmt, sich komplett raushält oder sich in diese Lebenserfahrung fügt, indem man sie genau wiederholt. Das sind immer so die Herangehensweisen, das ist im Prinzip ein Modell, das auch aus der Schematherapie, der dritten Welle der Verhaltenstherapie kommt. Also man kann das, was man in der Beziehungsbiografie erlebt hat, entweder als dominanter Patre inszenieren, das Ganze vermeiden oder sich genau in das fügen, was man erlebt hat. Ich will euch jetzt drei Sets an Beziehungserfahrungen zeigen und das erste Set wird sein, die hilflosen Eltern, die kranken, hilflosen, nicht in der Gesellschaft angekommenen Eltern, wie sich das auf eure Partnerwahl und euer Beziehungsverhalten auswirkt. Der zweite Teil wird über narzisstisch sehr leistungsorientierte Eltern gehen und der dritte und traurige Teil über aggressive und gewalttätige Eltern. Wie gesagt, es gibt noch unmenschlich mehr Möglichkeiten, aber ich will mal diese drei Prototyp-Szenerien rausnehmen. Kommen wir mal zu der ersten Szenerie. Hilflose, schwache, kranke Eltern, Eltern, die nicht so richtig ins Leben kommen. Ich denke hier an die klassischen Parentifizierungssituationen, dass Kinder bei Eltern groß werden, die selbst schon eine lange Karriere als Bindungstraumatisierte haben. Das sind so kraftlose Eltern, die sich zwar als Paar zusammenfinden, die es aber nie wirklich zu gesundheitlicher, materieller oder spiritueller Fülle bringen. Das heißt, die Eltern leben meistens im Mangel, sind oft depressiv, es ist gerade so ein bisschen Geld da, es reicht zum Überleben. Es wird oft geklagt über die schwierigen Lebensumstände und das Leben ist oft gekennzeichnet in solchen Familien von einer Freudlosigkeit, einer Hoffnungslosigkeit gegenüber dem Leben. Manchmal auch gepaart mit so einem Subtitel an Neid auf anderen, denen es besser geht. Also man ist so ein bisschen halt so am unteren Ende der sozialen Hierarchie. Die Eltern sind oft traurig und die Kinder werden in diesem Umfeld groß. Die Kinder erleben dann im Umfeld Eltern, die schwach sind, müssen oft Stützfunktionen im Sinn von Parentifizierung übernehmen, die Eltern trösten, die Eltern vielleicht auch sogar bemuttern und erleben selten Fülle, geschweige denn materielle Fülle. Und wenn man in so einem Elternhaus mit so einem depressiven, sehr kargen Klima groß wird, neigt man natürlich im Erwachsenenalter wieder diesen Dreiklang, den ich eben aufgezählt habe, zu reproduzieren. Wenn man dieses Schema nicht mehr will, also diese Kargheit und die Depression, kippen gerade oft Jungs, aber auch Frauen, die in so einem Klima groß werden und die zu Männer werden, in so eine narzisstisch überkompensierende Ablehnung dieses hilflosen Familiensystems. Also war daheim so eine Kargheit, hat es Geld nie gelangt oder kaum gelangt und es war immer alles eng. Tendieren diese Leute, die Scham und das Karge im Elternhaus abzuwehren und streben nach ganz plakativen materiellen Wohlstand, haben so eine Leistungshaltung und verachten oft Schwäche und Krankheit, weil sie einfach nicht mehr mit der Beziehungserfahrung ihrer Kindheit mit den schwachen, hilflosen Eltern konfrontiert werden wollen und die gehen dann in so ein lazistisches Leistungsnarrativ, immer nur das Beste, tolle Jobs, die extrem viel Geld bringen, was per se nicht schlecht ist. Also Leute, die viel Geld verdienen, sind auch in Ordnung. Da kommt aber auch oft noch dazu, dass die Menschen, die das so kompensieren, von sich selbst entfernt sind und keinen emotionalen Kontakt zu sich haben. Die suchen dann sehr flache, oberflächliche Beziehungen, um nicht mit dem Kindheitsdrama in Berührung zu kommen. In diesem Schema schwachen Eltern gibt es dann auch die nächste Möglichkeit, sich komplett rauszuhalten. Also das sind dann Leute, die in so einer Familie reingeboren wurden, wo es karg war, wo die Eltern depressiv waren, wo die Eltern immer im Mangel gelebt haben. Da gibt es die Variante aus der Beziehung raushalten. Da gibt es dann den Typus sozial engagiert, alleinstehend, Wohlstand und Fülle verachtend und immer so ein bisschen unglücklich. Man identifiziert sich mit den Eltern, mit dem Not und dem Leid, hält sich aber aus den Beziehungen raus, weil man das erlebt im Elternhaus in die Beziehung so schlimm gefunden hat, dass man nie aus dem Mangel-Narrativ heraus in die Gegenseitigkeit geht. Geht natürlich auch wieder als solitär im narzisstischen Überkompensieren, dass man die Scham, den Schmerz und den Mangel im Elternhaus kompensiert, indem man ganz viel Wohlstand anhäuft, auf der Bindungsebene aber nicht reingeht, also immer nur sehr flüchtige sexuelle Beziehungen hat und sich nicht einlässt. Das Gros der Leute, das Gros der Leute, die in solchen Mangelbeziehungen groß werden, wo depressive Eltern sind, wo es so eine Kultur des Verzichts der Nichtfülle gibt, repräsentieren das im Erwachsenenalter. Also sie suchen sich selber wieder Beziehungen, wo ihre Bedürfnisse nach Fülle, nach Erfüllung nicht gesehen werden, ihre Bedürfnisse nach Wohlstand nicht gesehen werden, wo sie wieder in Helferbeziehungen geraten, also sich oft kranke Partner oder Partner, die wenig geben können, aussuchen und reproduzieren dann eigentlich genau das wieder, was im Elternhaus gekannt wird. Und das Toxische ist oft, dass dieses Verzicht- und Mangel-Narrativ noch in so etwas Heiliges eingekleidet wird, dass man sagt, naja, die, die in der Fülle leben, die haben die Fülle ja irgendwie erworben dadurch, dass sie irgendwie ein linkes Ding gedreht haben oder irgendwas gehortet haben und die wahren Werte sind eigentlich die wahre Liebe. Und das wird dann oft dieser Schmerz, dass man schon in der zweiten Generation im Mangel lebt, wird dann in so eine moralische Überhöhung gekleidet. Wenn man aber genauer hinten dran guckt, ist das einfach nur ein Abwehrmechanismus, der dazu dient, nicht zu realisieren, dass sich eigentlich ein Familiensystem seit zwei Generationen Wohlstand und Fülle versagt. Kommen wir zur nächsten Ebene, zum nächsten Hintergrundklima. Das sind so narzisstisch leistungsorientierte Elternhäuser, in denen Fülle, Wohlstand da ist. Eine hohe Leistungsorientierung herrscht bei gleichzeitig wenig menschlicher Begegnung, wenig menschlicher Wärme, wenig menschlicher Güte. In den Häusern, das sind oft leistungsorientierte Häuser, ist die einzige Währung, die zählt Leistung und Erfolg. Die Kinder werden schon früh auch an das Leistungsnarrativ herangeführt. Sie zählen nur was. Wenn sie Bratsche spielen, können Chinesisch, Englisch, Russisch fließend sprechen. Also es ist total leistungsorientiert zum Preis, dass es wenig menschliche Wärme gibt, dass die Liebe immer an Bedingungen geknüpft wird und dass es keinen richtigen Raum für Kindsein gibt, für in den Tag hinein leben, für Träumen, für alles, was eigentlich sinnlos ist. Und diese Menschen kommen natürlich auch ins Erwachsenenleben, indem sie sich mit dem Leistungsklima aus der Familie identifizieren. Sie suchen sich dann ebenso leistungsorientierte Partner, die sie meistens an der Uni oder irgendwo erfolgreich im Beruf kennenlernen, wo dann einen Leistungsabgleich findet. Man einigt sich darauf, dass die Beziehung meist auf Leistungsmotiven beruht, bleiben dann aber in diesen Beziehungen menschlich relativ emotional verkümmert. Es gibt wenig liebevolle Interaktionen, es gibt wenig Güte, es gibt wenig Ruhe, Pause, sondern alles ist immer sehr durchgetaktet, getrieben. Also in solchen, die Familien funktionieren oft ganz gut, so technisch, aber es fehlt irgendwann die Wärme, die Nähe und die Zuneigung. Und irgendwann, meistens, wenn der Erste depressiv geworden ist und eine Psychotherapie anfängt, bricht dann einer aus und geht seiner Sehnsucht nach und sucht eine tiefere Liebe oder eine tiefere Begegnung und lehnt dieses leistungsnazistische Ordnungsnarrativ ab. Die, die sich aus diesem Schema heraushalten, sind entweder auch wieder hier welche, die ganz in Opposition zu dem System gehen, Revoluzzer werden oder mit dem Bauwagen irgendwo hinziehen und alles ablehnen. Ein anderer Reflex ist der Reflex auf so ein leistungsnazistisches System, dass man meistens so, ich sag's mal, Aussteiger- oder Revoluzzerpaare findet, die sich diesem materiellen Leistungskonsum völlig versagen, die nur von Luft und Liebe leben wollen, ist natürlich jetzt ein bisschen überzeichnet. Aber die ganz in Opposition zu dieser kalten Leistungsatmosphäre im Elternhaus gehen würden, auf jegliche Konvention keine Rücksicht nehmen, das Bürgerliche total ablehnen, im Bauwagen leben und einen ganz alternativen Lebensentwurf leben und sich nur um die menschliche Befindlichkeit kümmern, was eigentlich ganz charmant ist, aber oft dann irgendwann auf die Länge der Sicht, wenn so Beziehungen kommen, wo man sagt, ja, wir wollen nicht so leistungsorientiert wie die Eltern sein, nicht so kaltherzig, nicht so lieblos, die kommen dann oft dazu, dass sie, wenn die irgendwann Kinder kriegen und die materielle Versorgungsleistung größer wird, dass dann die Probleme anfangen, weil sie dann auch mehr Geld brauchen und mehr materiell reinbringen müssen. Und dann gibt es ganz oft Konflikte, weil das Leistungsnarrativ nicht so abgelehnt wird. Und man kommt dann auch zum Schmerz der Kindheit und muss die verschiedenen Pole richtig integrieren. Das letzte Programmpunkt ist, wie immer, und das ist der tragischste eigentlich, das sind, wenn man in einer gewalttätigen, aggressiven Elternhausatmosphäre groß wird. Und das richtet eigentlich meistens den größten Flurschaden an. Da werden Kinder nachhaltig durchgeschädigt. Und wenn die Kinder auch zu Hause Eltern erleben, die untereinander gewalttätig, verachtend, entwertend sind und auch sie Gewalt erfahren, das behindert die ganze Beziehungsbiografie. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Kinder, die dann Erwachsene werden, sich Beziehungen suchen, die genauso desaströs und katastrophale Schlachtfelder sind. Also die kommen oft auch gut aus den Beziehungen, aus diesen Eltern-Kind-Dingern raus, die gewalttätig waren und suchen sich dann aber immer wieder Beziehungen, die genauso gewalttätig sind, wo genauso ein aggressiver Kern drin ist, was sie dann ungeheuer belastet. Und sie reproduzieren im Prinzip die Gewalt der Eltern, die sie im Elternhaus erlebt haben und führen dann immer wieder unglückliche Beziehungen, bis sie irgendwann in eine Psychotherapie, eine Traumatherapie kommen und dort die Gewalt im Elternhaus aufarbeiten und von der Gewalt abkehren. Lustig ist auch, dass ganz oft in diesen Beziehungen, wenn Kinder aus gewalttätigen Elternhäusern kommen, sich so ein Teil immer mit dem aggressiven Elternteil identifiziert und auch so eine Täterenergie kriegt und in Beziehungen als Täter reingeht, den anderen Partner unterjocht, dominant und gewalttätig ist, um nicht mehr den Schmerz, das Ausgeliefertsein im Elternhaus zu erleben. Also man geht im Prinzip in die Rolle des Dominanten, der eine Beziehung so narzisstisch dominiert, den anderen Partner klein macht, um den Schmerz im Elternhaus nicht zu erleben. Die dritte Variante ist so eine dependente Beziehungsgestaltung. Das kann man als Paar machen, dass die Beziehung völlig aggressionsfrei und fast blutleer ist und man eine furchtbare Angst vor Aggressionen hat und beide so recht blutleer lebeneinander herleben, weil beide nicht mehr dieses aggressive, aufgeladene aus dem Elternhaus erleben wollen und man in die Beziehung den Konsens reingepackt hat. In unserer Beziehung gibt es keine Aggression, was aber dann, wenn man eine Zeit lang aus diesem gewalttätigen Elternhaus raus ist, dann auch nicht mehr leben kann. Nämlich wenn man gesundet, wird man auch irgendwann aggressiv. Also eine Beziehung komplett ohne Aggression ist nicht denkbar. Dann gibt es noch den Einzelfall aus diesem Setting. Jemand kommt aus einem ganz aggressiven Elternhaus, hat viel Gewalt erlebt und lässt sich weiter als Opfer in Beziehungen einspannen, wo diese klassischen, könnt sich narzisstische, dependente Kollusionen vorherrscht. Also wo jemand aus seinem Opfersein in der Kindheit eine erneute Beziehung eingeht, in der dieses Opfersein reproduziert wird und er so lange unterdrückt wird, bis vielleicht irgendwann eine Symptombildung kommt, er depressiv wird und dieses Schema aufarbeitet. Also Take-away-Message von dem Ding ist hier von dem Video, unsere Beziehungen sind nicht zufällig. Unsere Beziehungen, in denen wir heute leben, spiegeln die Beziehungserfahrungen in unserem Elternhaus wieder. Und es gibt verschiedene Beziehungserfahrungen, die man sich angucken sollte. Könnt ihr auch, werdet ihr nicht müht, das zu betonen, im Rahmen von Familienaufstellungen machen. Wie immer ganz, ganz viel Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert gerne meinen Kanal, ihr helft meiner Arbeit damit ungeheuer und vielleicht gern bis zum nächsten Mal auf der konjakfarbenen Couch. Vielen Dank und auf Wiedersehen.